es geht ja auch wenn es einfach nur das beste Abstand jetzt hier muss es auch alles richtig gemacht hier es war der Fall zu schafften das mal fertig mit Quatschen hier vor dem Nix-Tour-Meck er kommt man es muss mich um 3 Uhr was liebt pick up this e ja denn es nicht Ja, komm jetzt hier. Müssen wir jetzt mit dem scheiß Auto fahren hier. Ah, ist auch egal. So, eine gute alte Ami-Karriere. Wie sich das gehört. Oh, der schlittert ganz schön. Oh, hat nicht aufgepasst. So, wir wollen uns zum Glück schon das Ammonation. So, wir wollen uns zum Glück schon das Ammonation kaufen. Ich glaube Franklin hat... Ich weiß gar nicht, wie viel Geld Franklin hat. Das war halt der falsche Knopf. Mit Select dachte ich eigentlich 3.000, sind wir noch nicht viel. Man, was der f*** ist dieser n***a zu sprechen? So. Wir sind alle große Ami-Karriere, aber er ist größer, richtig? Exakt. Ich glaube, Trevor hat am Anfang am meisten Geld. Obwohl er das beschissenste Wohnung hat, hat er am meisten Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir bekommen haben. Naja. Wir kommen bei Ammonation. Ammonation. Armorer zu den Sternen. Oh. Was ist denn, Mann? Firing-Range ist in der Back. Und alle unsere Waffen sind kustomisierbar. Oh, hell yeah! Du kannst dich blam-blam-blam aus in hier. Quittet all das! Just straight up Artillerie, Mann, okay? Oh, just shut the f*** up! I got this, you Clowns! So. Oh, wir müssen mal ein paar Waffen kaufen, ne? Soweit ich weiß, kann man die Mission verlieren an der Stelle. Wenn man sein Geld für andere Sachen ausgibt. So, was muss ich jetzt kaufen? Ne Pump-Action, genau. Boom. Okay. So, jetzt kriegst du die flashlight. So, ein taktisches Licht brauchen wir noch. Genau. Patronen natürlich noch. Kann man nie genug haben. Ich glaub, das reicht. Aber wir haben hier hinten auch noch ne zweite. Die werden wir eigentlich schli- ach, Sturm-MP. Okay. Egal. Man kann nie genug haben. Ich weiß gar nicht, ob man die Westen noch nehmen kann hier. Oh, die kosten ein bisschen hier. Ah, dann lassen wir mal. Geht am Anfang auch so. So, wo ist mein Auto? Haben wir dann noch ein besseres Auto hier? Ach, naja, was soll's. So, Leute, einsteigen. Jetzt gibt's zumindest ein bisschen Action gleich. Also, am Anfang war das natürlich jetzt ein bisschen Niju mit dem GTA-mäßig hier. Der Einstieg. Relativ viel Geräte, viel zwischenmenschliche Sachen. Ähm, ein wenig Verfolgungsjagden, Geschieße. Aber das wird sich jetzt bald ändern, Gott sei Dank. Da werden noch ein paar sehr schöne Missionen kommen. Kann ich euch jetzt schon sagen. So, das war... Das war nicht intelligent, aber... ...what ever. Alles, was ich dazu sage. So, zum Glück sind wir auch gleich da. Die Fahrzeiten sind hier zum Glück relativ kurz. Nicht wie bei San Andreas, wo man erst mal stundenlang irgendwo rumfahren muss. So, jetzt klopfen wir das mal rein. Ich glaub, hier hinten in die Ecke müssen wir hören. Ich glaub, hier hinten in die Ecke müssen wir hören. Hier rein. Nein. Wo ist der Eingang hier? Ja, verdammt nochmal. So lange ist das noch gar nicht herwisch das letzte Mal gespielt hab hier. Ist doch hier oben. Ah, ist das doch hier hinten gewesen. So. Ah, okay. Alles klar. So. Schrötchen nicht schon mal nehmen. Man weiß ja nie. Dann schauen wir mal, was gleich passieren wird. Oh, das rennt mich schon wieder. Oh mein Gott. Das ist ne Falle gewesen. Ja, das sieht nicht so gut aus. So, schießen weg. Bam. Genau. So, und ab geht er jetzt hier. Geh aus dem Weg. Oh mein Gott. Was war das jetzt bitteschön? Wieso hat er jetzt nicht geschossen? War der, war die Patrone, war das Ding schon leer oder was? Ja gut, das war meine Schuld. Ganz deutlich. Also ich sollte... Also ohne Deckung... Mh... Ist ja trotzdem ein bisschen heiß hier zu spielen. Oh, muss ich mehr aufpassen hier. So, die sind tot. So, das sieht schon besser aus jetzt hier. Oh, ein bisschen ruhig machen hier. So. Niemand da hier. Gibt schon das erste Halb. Oh mein Gott. Oh, er lebt noch. Nein. So. Das ist... Geschafft. Machen wir uns mal hier aus. Und dann... Wow. Ich hab' voll Amor getroffen. Jetzt ist Ruhe hier. Schnauze voll, ja. So. So, noch jemand, der hier will. Ah, der lebt noch. Ist ne sehr lustige Mission, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, ja. Einfach die Klappe halten, dann sieht man uns auch keiner mehr. Dann passiert sowas wie hier nicht. Und schon geht das klar. Ah, ja. East Side, du kriegst gleich East Side hier. So. So, wer will noch? Ja, was wollt ihr eigentlich, ihr Typen? Ich lauf' die ganze Zeit schon vorne weg. Oh, jetzt gibt's noch ein paar schöne Waffen hier, das ist gut. So, jetzt kommt, glaub ich, die große Halle hier. Dann werden wir mal ein bisschen... Oh Gott. Geh runter, du Vollidiot! Oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir noch ein bisschen aufpassen hier. Ich geh mir nicht auf den Sack. Das Gute ist, man regeneriert schon ein bisschen Energie, wenn man... Ähm... Muss das dann nicht unbedingt davor halten hier. Blöd muss man sein, ey. Meine Fresse, sind die teilweise bekloppt, ey. So, das war's. Hier ist noch ein Heilpaket, das brauchen wir jetzt unbedingt. Oh man, die stellen sich teilweise an, hier, ey. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen, jetzt kommt die Polizei. Okay. Zum Glück ist der Helikopterführer zum Glück nicht der hellste. So, und jetzt fliegt er auf einmal weg hier, ist geil. So. So, ich spiel mal fortisch. So, das ist schon der Nächste. Komm, schneller. Wo ist er da? Wo ist er da? Äh, ich seh'n jetzt eh nicht. Wo noch? Ich hätt'n fast gehabt, jetzt. Über mich auch immer. So. Ich werde jetzt einfach hier mal ein Stück laufen. Weil ich würde den schon gern erwischen. Ah, jetzt. So. Das sieht gut aus. Oh, komm, beweg dich. So. So. So, ich werde jetzt mal dein Auto klauen hier. So, danke. Ja, das blöde ist, wir haben uns natürlich jetzt einen Reifen geschossen hier. Das bedeutet, es könnte ein bisschen schwerer werden zu fahren jetzt hier. Ohne? So. Na ja, was ich seh'n hier. Oh Gott, hier will ich nicht rein. Na ja, alles halb so wild hier. Sonst einfach mal ein bisschen. Improvisieren hier. Und dann passt das. Weil drei Sterne ist schon nicht ganz einfach zu entkommen hier. Aber es ist alles möglich. Nicht so extrem schwer jetzt hier. Das blöde ist natürlich, dass wir jetzt hier einen Platten haben. Und das macht die Sache natürlich jetzt ein bisschen schwerer hier. Ich glaube, wir werden auch gleich mal ein Auto wechseln müssen. Ich fahr jetzt einfach mal hier gerade alles durch. Oh mein Gott. Ja, das blöde ist halt der Helikopter jetzt.